los geht's los geht er los geht er mir ist ein worser das geht immer noch nicht verhältnis ja ist doch egal es kommt erst danach das neuer trend steckt mir ist ein worser haste hast aber dass ich es ist aber da gehen na ja so das ist ja ulkig letzter mann ich habe mich richtig gewollt gerade wie sie alles entspannt hier halt unter kontrolle hier ist nicht viel hört man hört man das eigentlich relativ entspannt ist viel ist hier nicht oh gott ist ja schlecht da kommt noch einer da kommt noch muss nachladen auch decken komm 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 arschloch warte bekommt er kommt gerade die blämme zu unten den ding noch platten ich habe ich habe danke ich freue mal den cluster hierhin vielleicht fast das ja immer noch mal ich habe da kannst du machen also 7,1 meter schlecht direkt über uns freuen waren sie unten im erdgeschoss ist er und der letzte ist oh da ist er ja er finisht instant du bist ne dumme ja ja ist egal den anderen noch von ihm da das befriedigt mich oben landet 2 auf dem dach jetzt da habe ich gerade ein bisschen geträumt glaube ich hier bei mir hoch 14,4 meter draußen genau in dem moment kannst du dir nicht ausdenken genau in dem moment ziehst du den herzschlagsensor wir können während der animation nicht schießen und eine sekunde später wird er von oben geholt wurenkind da kommt auf jeden fall neue team robert wahrscheinlich anbau ja punkt wo ist er denn ich sehe ihn nicht ich sehe den bobby nicht robert alter du hast acht kills sind ziemlich verarschen richtig gut ok dann weiter denn let's go komm wieder dahin ach hier kommt da hast du hast du ja sehr gut der wie liegt der k.o. jetzt kommt hier landet ihr nach oben komm erst mal hin warte ich sehen habe ich geil großartig geil gemacht alter starkes kino ganz ganz big cinema ich bin mir nicht sicher ich bin mir nicht sicher ob der ob der clean das ganz ehrlich mal schauen ja aber erstmal hier beim schiff unten sind sie wollen wir schnell einen drop holen die kommen hoch auch schon glaube ich so langsam ich habe nichts für den fernkampf steigt wieder ein die sind schon hier unten wenn ich lass die erst mal verteidigen hier control jetzt die kommen ja jetzt schon drin hier einer ist schon drin du hast ja die treppe ich bin hier im headglitch wir sind so viele gerade okay der macht das im quickscope achtung zwei leute oh scheiße mach doch dein finisher wenn du Zeit dafür hast oh nein natürlich ist er da die sind gut die sind gut ne verfickt euch verfickt euch nur ein paar sekunden liegt schon ein drop hier irgendwo oh da kommst du aber nicht ran naja sieht scheiße aus da oben aber vielleicht liegt mitten in der zone vielleicht können wir da irgendwie früher oder später nochmal ran ach dann gehe ich erstmal zu euch lande ich erstmal hier wenn wir noch eine mischen die wir machen können ach wick da halt dein maul ey ich gehe noch eine mina näher nicht ne königsauftrags ne so ein hohen auftrag du wohnst das was ich gehe mal nochmal schnellen keller rinnen hier looten was haben wir denn hier ach ja die kgm sehr schön Ich hab keine Ahnung, ist einfach explodiert hier neben mir Achso, dieses Fass war Oben auf dem Dach David war bestimmt da, der lacht doch schon so Nee, 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 war wirklich nicht War wirklich nicht, wir werden dir kennen das mit dem Einfach neben mir explodiert Das ist ein Dachdetail Guck mal, geh mal auf dem Dach, seine Waffe zurück Probier mal was Ja, einen da unten Ja, komm mit Zwei Stück oben noch Zwei Stück oben noch, alles klar Ja, irgendwie ganz viel Loot auch Komm, hier unten Ey, das quickscoped mich wirklich nicht wahr, ey Warte mal, ich krieg immer halbwegs eine sichere Ecke hier unten Kommt da einer? Ja, hier unten kommt er Ah, krieg ich natürlich hin, no darin, ey Ich hab den, den Roboter schüttet hat Oh, der war einfach da, ey, letztes Mal Oh, der war einfach da, ey, letztes Mal Oh, der war einfach da, ey, letztes Mal Okay Soll ich, komm Zwei, zwei, zwei Drei, jetzt drei Ist noch einer gelandet Ich versuch mal bei Pascal direkt zu landen Ah, okay Wir müssen jetzt so gleich vor Wir müssen jetzt so gleich vor Wir müssen jetzt so gleich vor Nicht die Waffe tauschen, umschpacken Wollen wir über das Control Center probieren? Was aus ist da rum? Ja, wäre tatsächlich clever wahrscheinlich Was aus ist da rum? Hier landet wieder einer Die landen hier wieder? Ja, äh, wollen wir jetzt zum Control Center oder die jetzt abfahren? Was wollen wir jetzt machen? Control Center Ja, 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 ja Klang so, als würde die direkt neben mir landen Ach, die Drohne Ach, das ist natürlich Käse jetzt Ich schlussverkauf Geht doch mal Ich schlussverkauf Ja, dann vielleicht nicht Bin mir nicht sicher Was ist trotzdem Und, nein, ihr Zelten Hab ihr ihn down? Und da vorne ist so eine Nacht Da ungefähr neben dem Zelt Ich bin mal auf der Hauptstraße erstmal Naja, ich bin hier hinter dir Ich hab nur ne Gasmaske Ich bin hier voll Ich bin hier voll Hey, wir bleiben oben oder was? Ja, aber Der läuft da, der läuft da Der vorne rennt ab? Ja, das heißt das ist ein Zelt gerannt Hab ich nicht gekriegt Hier, guck mal rein Der landet einer Der landet in der Zone allerdings Da unten sind Mehlläufer da Wir müssen von oben aufpassen Oh, ich hab die K.O. mit der G... Oh, ich hab die K.O. Das war der Y Von oben snipet einer Ja, ich seh ihn schon Wie hat der mich da weggesniped, Alter? Habe ich Geilte Da liegen sie, da liegen sie Der schmutzig Boah, ja du bist schmutzig Halt's Maul Ja? Ja, geil Ja, schön Boah, ich hab Robert wiederbelebt Ich hatte nen Bug Ach so Ich konnte Ich konnte nicht schießen Ich konnte nicht schießen Deswegen konnte der Pascal den töten Ich hab den genau auf Pascal zulaufen sehen Und ich stecke rein, rein, rein Bug, bug Stark Er weinte doch Ach, da liegen sie alle Ach, das ist schmutzig Ja, ja Boah, zehn, zehn Aber die Wiederbelebung war gut Weil die kam genau richtig Ich konnte den noch schön weglasern Dann Du hattest den oben, der noch ein bisschen auf der Anhöhe stand Ne, von unten Der von unten kam Ach so Ja, okay Krass Richtig geil Und ich hatte, wo du meint, dass Pascal da unten bei den Zelt bestehen nutzt Weil ich hab da random einfach meine Semtechs reingeworfen Und dadurch hatten wir den Team Vibe Ja Ja, sehr gut Die haben ja nicht zusammelt Das waren zwei Teams Ja, das waren zwei Teams Ja, haben wir taktisch clever ausgespielt Muss man halt unbedingt irgendwann einschalten Musch nicht Mock Musch heißt den Musch nicht Mock, Mensch Musch nicht Mock, Mensch Das steht doch da eindeutig Wie kann man denn nicht lesen oder was Ja, nie gemochen Essay Oh, c***o Oh, c***o Oh, c***o Look at